Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist heuer so, es ist immer wieder Tagela. So heißt der Sieger. Richtig. Für alle, die dabei waren. Genau. So, das ist die letzte Chance, die letzte Fahrt für heuer in Holland. Die anderen, die wollen nicht mit, die schauen wir. So, letzter Aufruf zur letzten Fahrt. Letzter Aufruf zur letzten Fahrt. Der hat mich mit deinem Freund gefahren. Es ist jetzt egal, den lad ich rein. Er will nichts. Es ist vielmehr so going. Okay. lawagerl Der hat... Ich hab solche Arten! Sie ist wirklich, ja weiß nicht was gut ist. Es sieht man wieder, es geht nach Predscher. Okay. So! Tschüss! Egal. Na ja, es geht los. Keiner oder keiner mehr. Ich sage Dankeschön. Das war's für heute. Wir starten. Ja, das ist toll. Fahrrad ist wieder voll. Das auch noch bei der letzten Fahrt sind. Wieso, glaub ich? Es freu mich. So wie vor, ja. Ist auch heuer bei der letzten Fahrt. Die Steffi, der Fahrraderei, hat's geschafft. Die hat wieder den Gislav dazu noch die Fahrradkommandanten mitgebracht. Der nette Junge, ja. Den Namen war's ja bis heute leider netter. Bis der? Wie? Felix? Stimmt es? Auch der Felix macht mich. Das ist unglaublich. Ich frage gleich aus ihm. Die Jasmin. Die Donine macht ihr da mit. Das ist die Schwester vom Streber, wo der hingekommen ist. Das wissen wir leider nicht. Er steigt gegen die Doninen. Und mit 5 Tage Volksfest ist das auch schon an. Okay, der Leber ist drüber. Kering macht mit. Kati. Und glaub ich, ist auch noch mit dabei. Mit der schönsten weißen Hose oder so. Und hat weiß ich nicht genug. Okay. Jetzt gehen wir's an. Alle anderen, die mir den Namen leider nicht vergraben haben. Es freu mich, dass ich nochmal das Vertrauen schätze. Heute hier im Ollagon. Der letzten Part. Gehen wir's an. Für euch. Wir starten. Mit einer OB wie immer an Niederösterreich. Gehen wir's an. Zagada. Auf geht's. firepants alive levendor fire 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 Ja, und bei der letzten Part, das ist immer so, gibt es Zeit und Verkehr, ja richtig. Es ist aber eben die Frage, Steffi, was machst du jetzt seit dem ganzen Jahr, oder? Der für die richtige Antwort ist, warten und sparen, und nächstes Jahr, immer noch, jeden Tag, machen wir da fahren, richtig? Oh yeah! Und wir beginnen seit erster Woche an den Spitzenberg. Es ist jetzt alles egal, weil der letzte Runde, den wir beginnen, der Oberkirche will, heilig sein. Und der letzte Runde, ja, in Grün, der lacht man, der lacht man drum, glaub ich. Jetzt macht er sogar gut ein, ein Sportler. Na, was ist denn? Ja, ich bin, ich fühlst dich wohl, alles da? Ja, ja. So, ich bitt wieder alle, die Plätze, also jetzt geht's in Richtung Wechsel. Und wie? Hast du verloren? Danke schön, dass wir ihn, Sie haben. Du, das Wasser, mein Gott, dieses weite Land, ist mein Heimatland, und würde singen. Aber das war, wir müssen wieder die Plätze besetzen jetzt hier zur Riedungsversion, oder hier im Vorgas. In der Md, wir setzen die Liedung. Und die Liedung. Immer vor allem, das zu leben, es wird nicht werden, weil die Ende, die es heilt, auch allein, bis zu den Segen, wie in einigen Jahren zu haben. Ja, und das war die Wiedermann zum Anschluss-Dieterling an wieder Österreich und ich verspreche euch jetzt noch einmal einen Durchgang, jetzt einen zweiten Durchgang und dann machen wir es eigentlich schön und schön gesungen. Und die Massange ist auch nicht möglich, richtig. Die letzte Massange für euch, ihr seid so nahe. Es ist unglaublich, bitte. Unglaublich. Ja, und jetzt kommt der letzte. Let's watch. Ich brauche mich nicht zurück, wenn ihr die Augen schließt aus den Sinnen. Jetzt kommt der letzte. Let's watch. Ich brauche mich nicht zurück, wenn ihr die Augen schließt aus den Sinnen. Ich brauche mich nicht zurück, wenn ihr die Augen schließt aus den Sinnen. Ich brauche mich nicht zurück, wenn ihr die Augen schließt aus den Sinnen. Ich brauche mich nicht zurück, wenn ihr die Augen schließt aus den Sinnen. Ich brauche mich nicht zurück, ich brauche mich nicht zurück. Ich brauche mich nicht zurück. Und wenn ihr die Augen schließt aus den Sinnen... Lass mich, ich lasse dich warten. Richtig. Und, das war's. Dankeschön an alle. Ihr habt's gemacht. Wir halten. Wir sind auch da, bitte.